Ok, eine junge Frau, die ich dann in Porsche... Ja, das geht schwer über die Lippen in Porsche. Nach dem Konzert habe ich zum Geschäftsführer gesagt, das war jetzt dünnes Eis. Dann hat er gesagt, da war kein Eis. Mit soviel... ...bilderский Zug auf dem Sonntag auf dem Sonntag. ...kurieres Stück, die Rappen mit einem Flugzeug zu reträumen. Die Stimme ist natürlich nicht so schlecht. Die Stimme ist noch nicht so schlecht. Die Stimme ist schlicht und wieder dem Setze. Irgendwann hab ich genug vom Selbstbetrug, weil das ein tolles Kreis ist. Und ich fasse den Entschluss, jetzt wird Schluss mit meiner Midlife-Crisis. Es feiert mein Speck, come back. Und mein Bauch. Ich lass mein graues Hader, ich denk mir nicht mehr nichts wünschen. Ich kleb mir mein Tattoo zu, mir ist egal ob junge Frauen schauen. Denn ich bewege mich jetzt in Fort, Fort. Der schöne Porsche ist im Verkehr, sehr. Entschuldigung. Vielen Dank.